Eine Woche voller Videoblogs geht's weiter. Heute kommt ein neuer Bereich Social Acts. Ende März haben wir damit gestartet mit einem Big Bang in der Celebration, haben euch erzählt, was ist die theologische Vision hinter diesem Bereich. Ich freue mich sehr, dass Björn Schäfer gleich euch ein bisschen tiefer mit reinnehmen wird mit dem Gedanken, was wollen wir machen auf der globalen und lokalen Ebene. Ich bin begeistert davon, dass wir als Kirche den nächsten Schritt gehen und auch den sozialen Bereich zu einem wichtigen Bereich unserer Kirche zählen dürfen. Björn, Bühne frei. Hallo, mein Name ist Björn Schäfer. Ich bin Leiter des Bereichs Social Acts, dem sozialen Zweig dieser Kirche. Vielleicht hast du dir schon unser Visionsclip angeschaut und bist genauso schockiert wie ich über diese überwältigenden Fakten und die Nöte, von denen dort die Rede und von denen dort zu sehen ist. Noch schockierender finde ich allerdings, dass du und ich, wir die Möglichkeit haben, etwas daran zu ändern, es aber nicht tun. Das liegt meistens daran, dass wir uns total überfordert fühlen oder einfach zu faul dafür sind. Was wäre, wenn du und ich anfangen würden, den Nöten in unserem Umfeld zu begegnen? Ich glaube, Menschen, die sonst weinen, würden wieder anfangen zu lachen. Der Himmel würde lachen. Gott würde Freudentränen haben und würde lachen. Social Acts ist der Bereich im ISCF, der Menschen in ihrer Not mit praktischer Hilfe begegnen möchte. Ich lade dich ein, schaue auf unserer Website nach. Dort findest du verschiedene lokale und globale Projekte und kling dich ein in eines dieser Bereiche. Es sind jeweils Ansprechpartner genannt, die du direkt kontaktieren kannst. Wenn du eine neue Idee hast, eine neue Projektidee, dann kannst du dich direkt auch mit mir in Verbindung setzen. Mein Traum ist letztendlich, dass du und ich anfangen zu handeln. Dass wir sensibel werden auf unser Umfeld, dass wir in unserem Umfeld, bei unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden, unseren Nachbarn die Not erkennen und etwas bewegen, weil du und ich, wir den Unterschied machen können. Social Acts, wir handeln. Vielen Dank.